Christian Rackow hat gerade schon davon gesprochen, dass es starke Regiehandschriften eher schwer haben beim Theatertreffen und dass man oft dazu neigt, nur noch die Geste zu sehen, wenn man die Arbeiten eines Regisseurs mit starken Handschriften schon mal gesehen hat. Sebastian Hartmann gehört da sicher dazu. Sebastian Hartmann, der jetzt auch schon 50 oder 51 ist, also 68 geboren, ist einer der wenigen wirklich umstrittenen Regisseure, die im deutschsprachigen Theater unterwegs sind, weil er scheinbar unbeirrt auf einem Sonderweg unterwegs ist, scheinbar in den Fußstapfen von Frank Kassdorf unterwegs ist, aber doch auf sehr eigenwillige Weise immer wieder Neues ausprobiert. In der Dresdner Dostoevsky-Adaption Erniedrigte und Beleidigte lässt er auf einer riesigen Leinwand Bilder des Künstlers Thilo Baumgärtel, also ein großes Gemälde des Künstlers Thilo Baumgärtel, verfertigen. Die Schauspieler sind also hier zugleich so eine Art Heinzelmännchen, die wirklich in sensationell perfekter Kleinarbeit drei Stunden lang an diesem Bild werkeln, dessen grandiose Schönheit sich erst am Ende wirklich offenbart. Die andere spektakuläre Grundidee in dieser Dostoevsky-Arbeit ist der epileptische Krampf als Spielmethode. Der Roman Erniedrigte und Beleidigte ist, wie alle Dostoevsky-Fans wissen, der erste gewesen nach der Rückkehr von Dostoevsky aus Sibirien, wo seine epileptische Erkrankung ausgebrochen war. Ob das man so direkt biografisch als Übertragung sehen darf, möchte ich bezweifeln. Aber tatsächlich sehen wir den Schauspielern gerade in der ersten Stunde dieser Arbeit bei einer sensationellen Künstlerarbeit des Zuckens, Tobens und des Rausches zu, die wirklich hinreißend ist und die die meisten von uns so noch nicht gesehen haben. Wovon handelt der Roman? Er handelt tatsächlich von einer gescheiterten Künstlerexistenz. Also es sind die Aufzeichnungen eines gescheiterten Literaten in einem Krankenhaus, einem Tollhaus. Und diese Aufführung kommt ohne irgendwelche behaupteten oder echten Verweise auf die politische Gegenwart aus, sondern sie widmet sich wirklich mit großer Leidenschaft dem von Dostoevsky vorgegebenen Thema, seiner Sprache. Und auch in dieser Konzentration und Genauigkeit ist er wirklich herausragend und für uns alle eben einer der großen Abende der Saison. Vielleicht noch ein Wort zu den Poetikvorlesungen von Wolfram Lotz. Die Arbeiten von Sebastian Hartmann leiden oft daran, dass er, also ich glaube selbst bei Wikipedia steht inzwischen, er sei kein Erzähler, sondern er lade seine Zuschauer ein zum gemeinsamen Reflektieren. Was natürlich schon andeutet, dass die Zuschauer manchmal Schwierigkeiten beim Begreifen des Dargestellten haben. Im Fall dieser Dresdner Aufführung dient die Poetikvorlesung von Wolfram Lotz tatsächlich dem ganzen Geschehen so ein bisschen Angebote des Verständnisses einzuimpfen. Und diese Poetikvorlesung, die übrigens bei Nachkritik auch jederzeit abrufbar ist, ist auch zur Lektüre wirklich zu empfehlen. Und es ist wirklich großartig, wie die Theorie, die Lotz da entwickelt über die Sozialfunktion des Asozialen und anderes mehr, sich mit diesem Dostoevsky-Text versteht und natürlich auch manchmal im Gegensatz zu ihm steht.